Zini macht Auge 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 Ein neues Reaction Video Heute schauen wir uns an, ein Video vom Parabelritter Es heißt, das Ende von Funk geht viel zu lang Ich werd's abspielen mit 1,25 facher Warp Geschwindigkeit und ich hoffe, ich werde nicht zu viel dazwischen Quasseln Ich habe schon gehört, dass ich wohl in dem Video irgendwie drin vorkomme. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und grundsätzlich bei Reaction-Videos sei noch gesagt, wir gucken uns ja jetzt hier gemeinsam das Video vom Parabelritter an. Davon hat er nicht so viel. Also wenn ihr das Video im Original noch nicht gesehen habt, vielleicht das Video erstmal im Original angucken oder einfach seinen Kanal abonnieren. Denn man muss bei so Reactions-Videos immer dazu sagen, wenn wir jetzt hier irgendwie, ich weiß nicht, wie wir dieses Video sich anschauen werden, wenn irgendwie hier 2.000, 3.000 Leute sich dieses Video über meinen Kanal angucken, dann hat der Parabelritter eigentlich nicht viel davon. So, das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Deswegen auf jeden Fall hier der Support geht raus an den Parabelritter. Wir schauen mal rein. Es geht los. Ich bin gespannt. Es ist das Ende von Funk. Okay. Ach ja, Funk. Das war schon ein wilder Ritt, oder? Du kamst in unser Leben ungefragt, ungewollt und bliebst scheinbar ungeliebt von den meisten. Oft genug hat man sich als Konsument gefragt. Was zum Arsch? Und es entstand ein ganzer Kosmos an Content, der nur daraus bestand, deinen Content auseinanderzunehmen. Scheiße, ich fühle mich gerade ein bisschen ertappt. Sinans Woche habe ich ja auch, also dieser andere Kanal, Sinans Woche, der so ähnlich aussieht, nur komplett anders. Da habe ich ja auch schon ganz viel Funk-Beiträge auseinandergenommen. Jetzt könnte man auch wieder fragen, ist das eigentlich auch so eine Wertschöpfungskette? Also profitiere ich am Ende eigentlich davon, dass es Funk gibt? Und profitiere ich besonders davon, wenn sie schrottigen Content machen? Ja. Und das wäre auch alles total witzig und überhaupt nicht kritisch zu betrachten. Würde hier nicht mit öffentlichem Geld hantiert. Jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht. Also seine Kritik ist ja, öffentliches Geld, also Gebühren, die wir alle bezahlen, davon wird Funk-Content produziert. Auf der anderen Seite, jetzt muss man mal so dieses sehen, wie das auch weitergeht. Jetzt macht der Parabelritter ein 35-Minuten-Video davon, darüber, über Funk. Und er nutzt ja auch den schrottigen Funk-Content. Den können wir ja dann auch wieder verwenden. Es ist eine komische Welt. Aber klar, ich kann verstehen, dass... Naja, es hat immer so einen Beigeschmack, wenn man für etwas zahlt und dann gefällt einem das nicht. Klar, warum sollte man dafür zahlen? Das ist ein grundsätzliches Problem, aber mal gucken. Du hast seriöse Geschäftsmänner reich gemacht. Ja, gut. Ja, Finn Kliemann. Ja, wir sehen ihn hier. Und Leroy, beide jetzt nicht mehr bei Funk. Ja, man merkt manchmal bei Parabelritter, er ist, glaube ich, kein Finn Kliemann-Fan. Und Leroy findet er jetzt auch nicht ganz so dufte. Bei mir schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust. Ich kann das teilweise verstehen, dass einen das irgendwie stört. Vor allem, weil man selber Content-Creator ist und sich alles selber erarbeiten muss, aufbauen muss und keinen Investor im Nacken hat. Oder was heißt, im Nacken klingt so negativ. Keinen Investor hat, der einfach sagt, hey, ich finde es cool, was du machst. Hier hast du garantiert einen Batzen Geld. Der Parabelritter ist natürlich jetzt von seiner Reichweite und wahrscheinlich von seinem Income her noch mal ein paar Liegen über mir. Aber ich kenne dieses Game natürlich. Also ich kenne dieses, man macht etwas, man weiß nicht, wie gut es wird, und man weiß gar nicht, ob man die Videos, die man selber macht, ob man die monetarisieren kann. Nachher, du produzierst manchmal drei, vier Tage an einem Video und dann sagt YouTube, ach, weißt du, das ist gar nicht so gut geeignet für Werbung. Tut mir leid. Wieso? Brauchst du Geld? Was bist du denn für einer? Da ist natürlich mit Funk viel, viel entspannter. Und wenn wir dann solche Fälle haben, wie hier Finn Kliemann und Leroy, die dann sich mit Funkgeld natürlich schön großarbeiten konnten, mit garantierten Zahlungen, und dann aussteigen in dem Moment, wo man eben enorme Reichweite hat und die Unterstützung durch Funk nicht mehr braucht. Erinnert mich mal so ein bisschen an Politiker, die irgendwie in ihrer Amtszeit dann Politik betreiben und man denkt schon währenddessen so komische Entscheidungen und irgendwann sind die raus aus der Politik und gehen nahtlos über in die freie Wirtschaft und arbeiten komischerweise genau da, wo das, was sie vorher gemacht haben, sie gewinnbringend mitbringen können oder wo sie schon sozusagen Wege geebnet haben. Das könnte man ja jetzt hier auch anwenden und sagen, konnte Finn Kliemann eigentlich mit dem Geld, was wir ihm bereitgestellt haben, dann seine große Karriere planen und aufbauen. Gut, am Ende hat er halt so hart verkackt, dass es jetzt erstmal einen heftigen Dämpfer gab. Ich glaube, man hat so grob verstanden, was so die Probleme dabei sind. Ich weiß aber keine Lösung dafür. Deswegen, das meinte ich mit den zwei Herzen, die man in der Brust schlagen. So, ich quatsch viel zu viel. Wir gehören mal weiter. Ein offensichtlichen Journalismus-Neuling. Der Rafe ist in einer verlassenen Scheunung. Da hin. Wow. Es waren zu viele Eindrücke eigentlich. Ja, es war echt heftig. Also gerade so der Drogenkonsum war echt enorm. Also es haben die ganze Zeit Leute auf ihren Handy-Displays, Lines gelegt und gezogen. Ich müsste jetzt einmal kurz bei Chachipatina fragen. Wir denken hier nicht allein. Die Möglichkeit gegeben, die ersten absoluten Fuck-Ups zu liefern. In diesem Film geht es nicht um Alkoholiker, sondern um Menschen wie mich, die gerne trinken. Und natürlich viele, viele, viele Autofahrten bezahlt von Leuten, die zu faul waren, Screentime besser zu füllen. Die... Ja, so Leute, die so zu faul sind, Screentime besser zu füllen. Nicht wie ich hier mit einem Reaction-Video. Ich fühle mich schlecht. Hier haben wir es zu verdanken, dass wir mehr über Sexualität wissen, die so spezifisch ist, dass ihr in eurem Leben vielleicht niemals einer echten Person begegnen werdet, die das genauso empfindet. Wir gehen geradeaus. Alles gut, alles gut. So ist es gut. Wie geht? Das sehe ich, ey. Wo sind die Bänder? Kann man ja alleine machen. Warum muss man das dokumentieren? Ich frag mich gerade, warum wir tatsächlich der Meinung sind. Wir müssten das irgendwie aufnehmen und irgendwo hin befordern. Danke, Funk. Okay, ich komme gar nicht so schnell hinterher. Das waren wieder irgendwelche ganz merkwürdigen Dokumentationen. Klar, das interessiert uns aber alle brennend, was Leute für einen krassen Fetisch haben und dass sie mit irgendwie Pferdekostümen durch die Stadt laufen. Aber ich fand den Kommentar von dem Passanten gerade ganz spannend, der wirklich sagte, ja, müssen wir uns dokumentieren, ja, müssen wir uns alle bezahlen. Ach ja, die große Frage war jetzt nicht gerade auch, hat die FDP nicht angestoßen, dass man die großen Unterhaltungssendungen im Öffentlich-Rechtlichen mal känzeln oder abschaffen sollte. Ja, ich habe da verschiedene Meinungen zu. Was sagt der liebe Alex? Ich wollte schon immer ein halbes Dutzend Beiträge über erwachsenen, die gewindelt werden wollen sehen. Aus pädagogischen Gründen natürlich. Schöne Muster, geht zum Beispiel auch alltagstauglich. Hast du gerade auch eine Windel an? Ja. Echt? Ja. Der Dominik wird die Chrissy jetzt wickeln, weil es ihr dann leichter fällt, mittel zu sein. Wie alt ist denn jetzt die Chrissy gerade? Ich habe so ein bisschen Respekt vor solchen Dudes hier, ne? Also der Typ sitzt da so, du sitzt da so total interessiert, ja, und wie alt ist denn die, wie hieß die Chrissy, oder wie alt ist denn die jetzt? Und mit was für einer Gelassenheit und Ernsthaftigkeit Also ich könnte das nicht. Ich glaube, ich werde die ganze Zeit, klar, deswegen bin ich da auch nicht, ja, also deswegen werden die mich niemals als Reporter da hinschicken, aber ich würde die ganze Zeit nur bescheuerte Kommentare geben. So, irgendwie was. Fünf Jahre sagt sie manchmal. Aber nun scheint es dem Ende entgegen zu gehen. Die letzten guten Inhalte brechen weg. Mai hat aufgehört. Walulis hört angeblich auch auf. Ist Funk jetzt am Ende? Was? Walulis auch? Mai, Walulis, äh, Leroy. Boah, geil, ey. Auf 1,25 Speed ballert das aber richtig. Also normal ist das ja schon, hat schon Energy, der Beat, aber auf 1,25 ziehe ich mir gleich eine Line auf meinem Handy. Leute, Leute, ich bin am Donnerstag aufgewacht und dann sah ich es in meinem Feed direkt. Mai hört auf. Eines der wenigen Science-Formate, das es aktuell im Funk-Netzwerk gibt. Wisst ihr, ich hab das Gefühl, so langsam wird es generell ziemlich düster bei denen, oder? Funk brechen doch immer mehr sehr erfolgreiche Kanäle wie Simplicissimus, kurz gesagt, MyLab, ja, und auch Leroy weg. Ich mein, man kann von Nö, nö, ja, da kommen auch Leroy weg. Leroy, von dem fand er, von dem fand er ja eh nicht so gut. Bei Mai weiß ich jetzt gar nicht, weiß man eigentlich die Gründe. Ich hab irgendwie gehört, ich muss gerade überlegen, äh, äh, woher hab ich das gehört? Ich weiß nicht, irgendwer sagte, dass das irgendwie daran läge, dass ihr Team, mit dem sie zusammenarbeitet, nicht mehr in Deutschland agiert, sondern in der Schweiz und wenn die in der Schweiz wohnen, dann kann man die nicht mehr mit Funkgeld bezahlen. Ist gerade ganz gefährliches Halbwissen. War das irgendwie so? ...von ihnen halten, was man will. Zumindest waren die alle erfolgreich. Was bleibt Funk überhaupt noch? Scheitert das Vorhaben der Öffentlich-Rechtlichen jetzt? Nun, die Antwort, die könnte euch überraschen. Das Video heute ist übrigens wirklich ein Meinungsvideo. Ach so, ganz kurz, äh, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Was ist das mal? Meine Perspektive als Creator außerhalb, aber auch die Perspektive von Funk selbst, das wird alles heute zur Sprache kommen. Und es ist super wichtig, dass ihr mir heute alle, und damit meine ich wirklich... Dass ihr mir heute alle, und dann kommt die Unterstützung durch PayPal, Geld schickt, oder? ...alle, die gerade tippen können, ihre Perspektive auf Funk hier in die Kommentare geben. Geld hätte ich geschickt, meine Meinung hau ich dir nicht in die Kommentare. Die hau ich ja in einem Reaction-Video raus. Wie nimmst du Funk wahr? Und was soll Funk besser machen? Warum ist mir das so wichtig? Naja, die Adressierten werden diese Kommentare mit hundertprozentiger Sicherheit lesen. Also, wenn ihr irgendeinen Einfluss haben wollt, dann geht in die Kommentare und sprecht euch aus. Hm. Also, er hat nicht komplett Unrecht, glaube ich. Ähm, ich glaube, Funk wird sich schon dafür interessieren, was der Parabelritter hier in dem Video sagt, denn er hat schon ein Gewicht, ich weiß gar nicht, über 300.000 oder 400.000 schon, ich weiß es gar nicht, äh, egal. Ähm, Abonnenten, aber das ist natürlich jetzt auch eine coole Art, äh, Kommentare zu bekommen auf ein Video. Aber, ach, das hat er aber eigentlich auch, die, die Reich, den Reichweiten-Push durch Kommentare braucht er eigentlich auch nicht. Also, es stimmt schon. Also, wenn man was sagt, vielleicht am besten dort, wir werden es durchlesen. Ob sie darauf reagieren, weiß ich gar nicht. Ich frage mich eh immer, ich würde so gerne mal Mäuschen spielen bei irgendeinem Funk-Redaktionstag, ähm, die müssen ja mitbekommen, was so, was so abgeht in der Welt. Oder ist man so scheuklappenmäßig unterwegs, das weiß ich nicht. Erstmal grundlegend, wieso existiert Funk überhaupt? Bereits hier entstehen nämlich öfters mal Missverständnisse. Auf Funks eigener Seite liest man, da die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen aufgrund des geänderten Nutzungsverhaltens auch online eine immer größere Bedeutung erlangt, wurden die gesetzlichen Grenzen in Paragraf 31 des Medienstaatsvertrags weiter gefasst. Um 14- bis 29-Jährige im Internet mit öffentlich-rechtlichen Inhalten zu erreichen, wurde Funk als erstes öffentlich-rechtliches Online-Only-Angebot von ARD und ZDF ins Leben gerufen. Im Oktober 2014 entschieden sich die MinisterpräsidentInnen offiziell für diesen Weg und am 1. Oktober 2016 startete das Content-Netzwerk von ARD und ZDF mit 40 Formaten. Krass, was gibt's erst seit 2016? Boah, gefühlt hab ich, dachte ich, das gibt's viel länger. Wobei 2016 auch schon lang her ist. Also, Funk ist der Versuch, auch Programm für junge Menschen im Internet zu machen. Ja, das klingt ja erstmal nett, aber wie wenig Priorität das für die öffentlich-rechtlichen überhaupt hat, das sieht man, wenn man sich die Budgets ein bisschen genauer anguckt. Von den 18,36 Euro gehen gerade einmal 6 Cent an Funk. Das ergibt immerhin im Geschäftsjahr 2023 eine Summe von 45,5 Millionen Euro, wovon 82 Prozent in die Erstellung von Inhalten fließt. Das klingt erstmal super viel, so in diesen ganzen Zahlen ausgedrückt, aber Leute, wir unterschätzen ja generell auch gerne mal, wie teuer es ist, in Deutschland Arbeit zu bezahlen. Wichtiger, um sich das vor Augen zu halten, ist das Verhältnis in diesem Topf. Allein für Tatort und Polizeiruf 1,10 gehen 16 Cent drauf. Das Elffache von Funk, also 66 Cent, gehen an den Sport. Das ist übrigens das Doppelte von ganz Arte, das nur 33 Cent bekommt. Weil diese Liste darfst du dir eigentlich nicht durchlesen, ne? Also, da kriegt man ein bisschen Puls. Also, Arte, 33 Cent und dann dieses irgendwie, was war das eben, Polizeiruf irgendwas oder Tatort irgendwie. Ich habe noch nie einen Tatort geguckt. Ich weiß auch gar nicht, was der, was der Nutzen dahinter ist. Also, die Reichweite kannst du ja nicht, also, ich habe das Konzept nicht verstanden. Ich dachte immer, das wäre ja irgendwie ein unabhängiges Medium zu haben, was eben anständig berichtet. Aber bei so viel, das ist so ein aufgeblähter Apparat mit so vielen Bereichen, die ja mit, mit, mit einem Lehrauftrag oder so. Und ich will noch gar nicht dahin gehen, dass ich sage, ähm, was wird überhaupt vermittelt und so weiter. Das ist mir erstmal egal. Aber es gibt ja wirklich Inhalte, die haben ja damit gar nichts zu tun. Also, ich würde mal sagen, diese ganzen Krimi und Quizshows und so, boah, schwierig, ne? Kommt. Habe ich gerade schwierig gesagt? Ich hasse diesen Begriff, diesen, diesen, diesen Sprech. Oh, finde ich schwierig. Nee, ich möchte das, äh, revidieren. Ich möchte, nee, finde ich scheiße. Funk ist das Angebot für Jugendliche und die sind im Netz und eben nicht im Fernsehen. Also ist es das Angebot für die Jugend in Deutschland. Während der Rest des Geldes viel in Kanäle fließt, die jüngere Menschen gar nicht mehr verfolgen. Also 6 Cent von 18,36 Euro für Jugendliche. Für 12,5 Prozent der Bevölkerung, mindestens. Läuft bei uns. Dass Produktionen bezahlt werden müssen, das liegt auf der Hand. Hier ist ein großer Vorteil von Funk-Kanälen, dass sie keine Werbung machen müssen. Und viele meiner Kollegen, ne, im privaten Bereich, die bekleckern sich da nicht wirklich mit Ruhm. Ihr wisst ja, es gibt Dinge, die sind offensichtlich nicht besonders harmlos. Es gibt aber auch Dinge, die wirken erstmal harmlos, sind aber eigentlich... Ja, das ist Werbung. Werbung will ich nicht gucken. Werbung. Ah, hier geht's weiter. Da. Der Cini macht keine Werbung. Beziehungsweise, ich würde sofort Werbung machen, wenn die Kohle stimmt, natürlich. Für die paar tausend Euro, die mir die anbieten, dann mache ich das ja nicht. Ich habe überlegt, für was ich Werbung machen würde. Wahrscheinlich irgendwas mit Basketball. Da würden sie mich irgendwann mitkriegen. Sie am meisten wahrnehmen, Funk-Formate begegnen uns auf Instagram, auf TikTok. Es gibt Podcasts, es gibt Serienformate. Ich glaube, irgendwas um die 60 Stück, zumindest habe ich die Zahl auf der Seite gelesen. Facebook bespielt man nicht mehr. Auf Twitch ist das Angebot sehr spärlich. So, das ist der Ist-Zustand. Jetzt kann man viel spekulieren, wie die Gegenwart und vor allen Dingen die Zukunft von Funk aussieht. Deswegen habe ich bei jemandem nachgefragt, der so tief in der Materie steckt, wie man nur irgendwie drin stecken kann. Ich habe mich mit Stefan Spiegel unterhalten. Er ist die Leitung des Contents ARD-seitig bei Funk. Seine Kollegin Maike übernimmt die Seite des ZDFs. Am Ende ist Maike für die ZDF-Formate verantwortlich, redaktionell verantwortlich und ich bin für die ARD-Formate verantwortlich und bin eher derjenige, der für den Regelbetrieb verantwortlich ist. Und da fallen dann auch so Sachen drunter, wie zum Beispiel journalistische Standards, dass wir dafür ein Werk haben. Auch so was wie Cross-Promo zum Beispiel. Es knallt ja gerade massiv. Wie nimmt Funk selber wahr, wie die Außenwirkung gerade ist? Habe ich ja eben, geil, ich habe eben noch gefragt, ich würde mal gerne Mäuschen spielen, geiles Video, mich interessiert das jetzt wirklich, was der sagt. Was kriegen die eigentlich mit? Kennen die Sinans Woche? Wahrscheinlich nicht. Also ich sehe ja die Kommentare, jeder sieht die. Er muss grinsen, wahrscheinlich fliegen ihm gerade so 3000 Kommentare so scheiße, durch den Kopf. Jeder verlässt Funk, das ist ein Narrativ, was automatisch, wenn man sich jetzt an ein kommerzielles Netzwerk, wenn man sich daran richten würde, wäre das natürlich eine Vollkatastrophe. Am Ende gibt es ja zumindest den Markt und ich glaube, daher kommt dieser Gedanke, auch je mehr Leute in dem Netzwerk sind, desto besser ist es, desto mehr Werbegeld bekommt man und so weiter und so fort. Also fühlt sich das erstmal, glaube ich, blöd an und ich bin mir sicher, dass das dann auch ziemlich kritisch gesehen wird. Und insbesondere natürlich auch, also du hast ja ein paar Videos gemacht, relativ viele Leute haben mal ein Video gemacht, vielleicht zu einzelnen Formaten, die wir haben. Da gibt es oft Kritik. Ja, deshalb sitze ich auch hier, um die hoffentlich ein bisschen zu erklären. Es ist aber auch wichtig, dass wir Kritik total ernst nehmen. Also wenn das irgendwo, wenn es irgendwo eine valide Kritik gibt, ich bin auch sehr gespannt, was für Kritik unter diesem Video jetzt kommt. Wenn es Ideen gibt, auch dazu der Rolle von Funk, dann schauen wir das schon an und versuchen auch, damit zu arbeiten. Okay. Ein bisschen, ja, also das war jetzt auch wieder nur so dieser Aufruf. Ey Leute, wenn ihr mal ein Video hier guckt, also wenn ihr irgendwas kritisiert oder so, wenn ihr was zu kritisieren habt, haut es gerne in die Kommentare. Lese ich niemals durch. Aber ey, super interessant. Wir sammeln das dann hier und besprechen das im Team. Machen wir nicht. So ungefähr klang das gerade. Im Übrigen fällt mir da gerade noch was ein. Wenn du keines meiner Bauchgefühl-Videos verpassen möchtest, dann gerne jetzt abonnieren klicken. Ja, das wollte ich nur noch mal gerade loswerden. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier, das Video geht weiter. Oh boy, es gibt so viele Beiträge zu den Fehlern von Funk-Formaten. Vielleicht folgt mir der eine oder andere auf Twitch. Das solltet ihr generell sowieso tun. Den Link findet ihr da unten. Der Typ ist auch der Parabeleiter. Das ist eine Content-Maschine. Das ist der Wahnsinn, ne? Also, ich kriege das ja so ein bisschen mit. Ich folge sie mir bei Instagram. Da tauschen wir uns manchmal ein bisschen aus. Finde ich immer super spannend, so was er zu meinem Format sagt, weil wir häufig dann auch nicht gleicher Meinung sind. Ist für mich sehr wichtig, diesen Austausch zu haben. Dann bei Twitter ist er eigentlich kaum aktiv. Twitch, er streamt auch noch abends. Also, der bespielt drei YouTube-Kanäle, macht noch Twitch-Livestreams. Ich weiß wirklich nicht, wo der die Energie rausholt. Oder herholt, sagt man, glaube ich. Das ist der Wahnsinn. Also, warum ich das gerade erzähle, mach mal einen kurzen Sidestep hier. Ihr habt das vielleicht gemerkt, jetzt länger bei Cine macht Auge, gab es kein neues Video. Wollte ich keins machen? Doch, ich wollte ständig eins machen. Ich hatte viele Ideen, viele Sachen in meinem Kopf. Und ich merke einfach, ich habe die Kraft und die Energie nicht. Das ist echt, also das ist so, ich sehe dann um mich herum, dass Leute so super, super produktiv sind. Und das ist jetzt nicht so, dass ich dann so Konkurrenzkampf oder so, das habe ich nicht. Aber ich bin so eifersüchtig auf ihre Produktivität. Aber das ist so das gesunde Eifersüchtig. Also jetzt nicht so dieses Missgunst oder neidisch sein oder so. So ist das nicht. Sondern ich bewundere das total, wie der Alex einfach immer weiter abliefert. Und ich sitze da manchmal und bin wirklich ratlos, wie der das macht. Also ich kann ja gerade erklären, jetzt ist Dienstag. Ich wollte eigentlich gestern schon was aufnehmen. und meistens ist es so, montags bin ich noch ziemlich gerädert von sonntags, weil sonntags habe ich immer meistens Basketball oder immer Basketball oder Training oder halt Spiel. Und ich war einfach platt. Ich saß da am Montag und ich wollte aufnehmen. Und dann sitze ich hier und gucke so ins Leere und merke so, keine Energie, nichts. Also wirklich, ich weiß nicht, wie die das machen, aber wahrscheinlich spielt er vielleicht auch sonntags kein Basketball. Wie soll ich damit aufnehmen? Oder man kann nicht alles. Oder Menschen sind auch einfach unterschiedlich. Das muss man auch mal akzeptieren. Ich weiß, ich weiß. Dinge zu akzeptieren, ist auch meistens gar nicht so leicht. So. Und wenn ihr mir da folgt, dann wisst ihr, dass sich öfter auch noch andere kleine Fehler finden lassen, zu denen sich keine eigenen Videos produzieren lassen. Wenn man kritisch guckt, findet man was. Und bei Funk guckt man einfach automatisch kritisch hin. Ja, also das ist ja, das gilt für jeden Inhalt. Natürlich, also wenn du bei mir in den Videos kritisch hinguckst, wirst du ganz viele, ja, unsachliche oder, ja, so, so, Argumentationsschritte finden, wo man dann sagt, ja, okay, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn oder da bin ich mit der Kritik über das Ziel hinausgeschossen. Also das ist ganz natürlich. Und es gibt vor allen Dingen drei Anklagepunkte, die besonders oft in Richtung von Funk formuliert werden. Das ist zum einen, die Beiträge seien faktisch einfach schlecht. Der zweite ist, die Themen seien schlecht ausgewählt und die Repräsentanz der Lebensrealitäten sei verzerrt. Und last but not least, es gebe eine politische Agenda, die Funk durchziehen will. Um unsere Kinder umzuerziehen. Ich würde ja sagen, sei froh, dass überhaupt irgendjemand die Kinder erzieht, aber wir müssen nicht schon wieder über unser marodes Bildungssystem sprechen, nicht wahr? Gerade der letzte Anklagepunkt ist natürlich besonders delikat, weil Funk nun mal einfach Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Und dieses Thema ist ja generell so ein Thema, das die Gemüter sehr erhitzt. Und der Weg hin zur Verschwörungstheorie, der ist da nicht weit. Dazu braucht ihr beispielsweise einfach nur die Kommentare unter dem letzten Leeroy-Video euch angucken. Aber um mal bei einem eher harmlosen Vorwurf zu bleiben. Ist Funk viel zu politisch korrekt? Oder wie man heute sagt, woke? Der YouTuber Sinanswoche, der gehört auch zu denen, die Funk gern und offensiv kritisieren. Und ich kritisiere deine Aussprache. Sinanswoche. Egal. Wir hören weiter. Und auch gegen Wokeness argumentieren. Wir sind oft unterschiedlicher Meinung, aber er versucht sich an Neutralität und das schätze ich sehr. Und er hat eine Wokeness-Überprüfung der letzten 200 Beiträge von Funk durchgeführt. Und ich kann mir vorstellen, dass er sehr genau hinschaut. Und sein Ergebnis war und er schien selbst davon überrascht. Funk ist in der Breite seines Angebots gar nicht so woke. Ein durchschnittliches Funk-Instagram-Posting hat nur einen Woke-Wert von 1,19. Das ist nicht viel. Ich hab's ja selber nicht glauben können, aber man kann Funk wirklich nicht vorwerfen, den ganzen Tag nur Woke-Quatsch zu verbreiten. Und ich wäre wirklich der Erste, der ihnen das vorwerfen wollen würde. Es sind einzelne Kanäle, die extrem auffällig in ihren Inhalten sind. Und die stehen dann auch regelmäßig in der Kritik. Bei Funk... Also erstmal mega nice, dass er das mit reingenommen hat. Freut mich voll. Ich wurde gefeatured. Ja. Und ich könnte es jetzt nur wiederholen, aber wahrscheinlich habt ihr Sinanswoche eh schon geguckt, vielleicht. Ja, da hab ich's ja auch gesagt. Also der Eindruck entsteht, Funk würde da irgendwie ganz hart so eine Agenda durchpressen. Schaut man wirklich auf die Breite, dann lässt sich das leider nicht... Also das heißt leider... Eigentlich glücklicherweise. Glücklicherweise lässt sich das gar nicht so sehr bestätigen. Es ist wie bei einem Pars pro Toto. Also, dass ein Teil für das Ganze an sich steht. Jedes Format steht stellvertretend für Funk. Nach außen zumindest. Jeder Fehler ist in der Wahrnehmung auch ein Fehler von Funk. Und Kanäle, die an einer großen Gruppe der Zuschauer einfach vorbeigehen, werden deutlich heftiger besprochen. Und das wirkt sich auch auf die qualitative Einschätzung des Funk-Portfolios an sich aus. Wenn negativ über Beiträge debattiert wird, dann fallen da oft Namen wie Aufklo, Datteltäter oder Glanz und Natur. Da hört man dann nichts über zweifelsfrei. Ein Kanal, der sich mit Statistik auseinandersetzt oder dem True-Crime-Format Der Fall, wo unter anderem Lydia Benecke beteiligt ist oder Cinema Strikes Back. Naja, die gehören auch alle zu Funk. Exakt. Das ist... Alter, finde ich... Muss ich mir absolut beipflichten. Das hat er schön zusammengefasst. Das ist wirklich krass. Ist dann wirklich nur noch Funk ist Glanz und Natur. Funk ist Aufklo. Funk ist Mädelsabende und so weiter. Aber das stimmt ja nicht. Und eine Sache ist mir auch krass aufgefallen. Da sieht man auch mal wieder, wie diese Algorithmen auf sozialen Netzwerken, wie die das Problem teilweise sogar noch verstärken. Ich habe mich natürlich auch schon mal das eine oder andere Mal dazu hinreißen lassen unter Mädelsabende oder Glanz und Natur. Meistens schreibe ich irgendeinen Quatschkommentar, irgendwas Satirisches oder ich nehme es nicht so ganz ernst. Ist ja auch egal. Aber was natürlich Instagram daraus abliest, ist, ah, der Sinan interessiert sich für Glanz und Natur. Der interessiert sich für Mädelsabende. Dann zeigen wir dem doch einfach alle Beiträge von denen. Also wenn Funk was von denen raushaut, dann zeigen wir das dem. Wenn die selber was raushauen, zeigen wir das dem, obwohl ich die gar nicht abonniert habe. Und die Formate, die mich vielleicht gar nicht so triggern würden, die zeigen, zeigt mir das System natürlich nicht an. Das heißt, es verstärkt sich sogar noch mehr, obwohl es nicht so der Beit entspricht. Und ich habe ja in meiner Sendung sogar gezeigt, dass Funk selber das auch so macht. Also sie selbst haben in den letzten 200 Beiträgen Mädelsabende am krassesten gepusht. Das ist der Kanal, der am meisten Features bekommen hat auf dem Funk-Instagram-Hauptkanal. Und ich glaube, dass sie denselben Fehler machen. Weil ja ganz viele, weil es einfach so krass triggert, weil es so bescheuert ist. Und dann denken die, ach cool, Mädelsabende hat richtig gute Interaction, also Interaktionen mit den Zuschauern. Dann können wir das ja öfter bringen. Aber das ist immer so ein gefährlicher Tuchschuss. Das ist am Ende einfach nur das ganze Clickbait-Spiel, wo eigentlich sich keiner so richtig gegen wehren kann. Die Präsenz der Negativ-Beispiele aber überschattet leider das Positive. Und dass diese Überschattung stattfindet, ist nicht nur Ergebnis eines politischen Kampfes. Es ist eben auch so. Und da bin ich mal ganz offen mit euch. Für uns als privatwirtschaftliche Creator ist Funk eben ein wirtschaftlicher Gegner. Ich meine, wir zahlen ja sogar selber ein, dass es diese Konkurrenz gibt. Ja, deren Produktion viel aufwendiger und besser sein kann als unsere, weil wir uns das... Das ist echt... Wenn du selber als Content-Creator da sitzt und denkst du dir manchmal, ey, es ist so bitter, ne? Ich muss 18,36 Euro erwirtschaften mit meinem Inhalt, den ich denen dann gebe. Ich weiß, es ist... Oder... Ja, es stimmt eigentlich nicht. Eigentlich müsste man ja sagen, 6 Cent. Ah, komm. Geschenkt. Das ist ja gar nicht leisten können. Oder die Manpower oder das Netzwerk oder die Erfahrung haben. Dass es immer mehr auch gebührenfinanzierte Formate gibt, die einfach einen krassen Produktionsstandard haben, setzt natürlich auch die Messlatte für alle sehr, sehr hoch, die irgendwie auch noch was erreichen wollen auf YouTube. Ich hab's ja glücklicherweise schon geschafft, ne? Puh. Der einzelne Creator... Warum sagt er das so? Also, ich würd schon sagen, er hat's krass geschafft. Hm. Diesen Einband gerade, den hätte mich mal interessiert, wie er das sieht. Also, eine generelle Frage, wie er sieht, ob er denkt, er habe es geschafft. Weil ich hab letztens, ich war jetzt am Wochenende noch mal bei meinem lieben Freund mittlerweile, äh, Joscha von Meet & Great, auch selber YouTuber, ähm, hat jetzt, ich glaub, über 130.000 Abonnenten und wir tauschen uns auch sehr gerne aus. Und dann hab ich mir irgendwann die Frage gestellt, oder ihm auch so, oder wir haben darüber ergebnisoffen debattiert, kommt eigentlich irgendwann dieses Gefühl, ah, cool, ich hab's geschafft. so. Weil ich muss sagen, bei mir kommt das definitiv bisher noch nicht. Also, ich, ich kann sehr gut davon leben, was ich mache, aber, ähm, gefühlt steht das alles auf ultra-wackeligen Beinen. Also, Sinans Woche hat jetzt irgendwie 33.000 Abonnenten und, also, Abonnenten sind ja immer das eine, Aufrufzahlen sind ja das viel Wichtigere. Und, äh, dieser Kanal jetzt hier ist ja auch nur absoluter Zweitkanal, der eigentlich jetzt, äh, mehr da, ist mehr so eine Selbsthilfegruppe für mich. Ähm, und ich hab definitiv noch gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie was, was angekommen bin oder erreicht habe und so weiter. Ähm, würde mich mal interessieren, ob der Alex das Gefühl hat oder ob das irgendwann so ein, so ein permanentes Gefühl ist von Leuten, die irgendwas machen, die kreativ sind, die selbstständig sind, dass man eigentlich nie das Gefühl hat, so, jetzt hab ich's aber endlich geschafft. Keine Ahnung. Vielleicht, äh, haut's mal gerne in die Kommentare, lese ich hundertprozentig. Also, die Kommentare hier lese ich im Übrigen wirklich, weil's nicht so viele sind. ... an sich, der kann eigentlich nur mit seiner Authentizität glänzen. Aber wir müssen Werbung machen, um uns zu finanzieren und das beschädigt diese Authentizität wieder. Und wenn man dann aus der eigenen Arbeits- und Finanzierungssituation mal vergleicht, kann man da schon mal zu dem Ergebnis kommen, dass es etwas unbefriedigend ist, was man da sozusagen geliefert bekommt. Ja, wenn ich beispielsweise einen Beitrag von Mr. Risen2go sehe und da stimmt etwas faktisch nicht, dann macht mich das sauer. Warum? Weil ich weiß, dass da ein mehrköpfiges Team in der Redaktion sitzt, das von uns allen bezahlt wird und über eine riesige Reichweite da dann trotzdem falsche Informationen rausgehen können. Ich meine, ich schreib den Bums hier immer noch selber. Klar kann mir mal ein Malheur passieren, aber in einer kompletten Redaktion, die nach journalistischen Standards arbeiten soll, darf sowas einfach nicht sein. Gerade wenn es doch angeblich so viele Stufen der Qualitätsprüfung gibt. Was nimmt man da als Grader mit? Die geben sich nicht mal Mühe. Ich fühle vieles von dem, was er sagt. Also ich bin ja auch die absolute Ein-Mann-Band. Und ich sehe das ganz genauso. Die Messlatte ist einfach höher, wenn von Funk was kommt. Dann hat er eben das angesprochen mit dem Werbung und Authentizität. Das ist ja der Grund, warum ich keine Werbung mache. Angebote habe ich natürlich. Also ich könnte locker nochmal, was sind denn das denn so? CPM, also diese, was die Zahlen pro 1000 Klicks, ich glaube, zwischen 5 und 8 Euro oder sonst mehr. Oder nee, warte mal, Quatsch, das war doch von YouTube. Das ist viel mehr. Du kriegst für so ein Placement, und ich weiß es, ich müsste nochmal nachgucken, aber ich würde mal sagen, 1000 bis 2000 Euro im Monat könnte man mit Werbeplacements nochmal extra machen, weil wenn du so wie ich jetzt 20, 30.000 Aufrufe auf dem Video hast. Aber ich mache es nicht, weil genau aus dem Punkt, weil ich mir denke, nee, dann fange ich ja genau damit an und bin nicht mehr unabhängig und so weiter. geht mich hier um Kopf und Kragen. Alles so Gedanken in meinem Kopf, Gedankenbrei und werden dafür auch noch bezahlt. Und das Ergebnis ist Empörung. Und da gibt es dann ein Video. So, und grundsätzlich, sind die Beiträge von Funk denn jetzt schlecht? Ja und nein. Denn es gibt Beiträge, die absolut feilen. Und es gibt wirklich, wirklich guten Stuff. Was meiner Meinung nach die Kritik an allem aber verstärkt, ist der Anspruch, der an die Inhalte von Funk gestellt wird. Also zu Recht. Ein Funk-Projekt darf halt nicht belanglos, schlecht recherchiert oder irreführend sein. Auch wenn es damit einen höheren Anspruch hat, als ich sage mal 75% des ganzen Contents auf YouTube. Der Blick auf Funk ist deutlich schärfer, aber deswegen gibt es auch so viele kritische Töne. Ein Beispiel dafür ist die Präsentationsform der Videos. Wann passt man sich der Sehgewohnheit der Zuschauer an und wann wird die eigene Präsentationsform manipulativ? Das ist ein schmaler Grad, wenn man sich in das Clickbait-Game hineinwagt. Und ich möchte da nicht sagen, dass ich das wie ein Profi spiele. Ich hoffe einfach mal, dass ihr meinen Style mittlerweile so ein bisschen durchschaut habt. Ich weiß jetzt nicht, ob nur mir das so geht. Aber ich zumindest gehe davon aus, dass Funk auf dem Markt einfach anders agieren muss, als die privatwirtschaftlichen Anbieter. Warum sollten sie sich auch des Clickbaits bedienen müssen? Schließlich finanzieren sie sich ja reichweitenunabhängig. Ja, und eben, weil es eben moralischer gehen muss, als auf diese Weise. Weil es auch nachhaltiger gehen muss, als auf diese Weise. Wie schaut es denn aus, Stefan? Müssen die Leute bei Funk richtig fette Zugriffszahlen abliefern? Oder reicht objektiv einfach Qualität? Wir möchten unbedingt Leuten, die was drauf haben, um es jetzt mal so blöd zu sagen, den Raum geben und die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, unabhängig von zum Beispiel monetären Einflüssen, unabhängig von vielleicht auch zu viel Druck, dass sie jetzt sofort eine riesengroße Reichweite erreichen müssen. Es gibt überhaupt gar keine Reichweitenzielen mehr. Wenn wir an die Menschen glauben, die hinter diesem Format stehen, denn am Ende sind es ja immer Menschen und Teams, die ein Format prägen. Und wenn wir das Gefühl haben, es gibt eine gute Perspektive für das Format, wir sehen die, wir haben eine Vision dafür, wie das gehen könnte, dann sind wir auch bereit, einen längeren Weg in Kauf zu nehmen. Ach so, das geht doch gut. Ja, da hast du mich falsch verstanden. Also, es geht nicht darum, dass wir keine Reichweite bekommen. Und über Leroy, über das Clickbait, die können wir gerne gleich auch nochmal sprechen. Aber grundsätzlich ist es uns natürlich schon wichtig, dass wir Leute erreichen. Das ist auch am Ende auch eine Auftragsfrage. Wir haben so und so viel Geld und mit denen müssen wir möglichst viele Menschen mit gutem Inhalt versorgen. Also es ist, natürlich muss man sich immer überlegen, wie speziell ist vielleicht der Inhalt und wie viele Menschen können wir überhaupt damit sinnvoll erreichen. Dass wir unrealistische Ziele stecken, das will niemand, weil das frustriert nur alle. Aber dass wir Menschen erreichen wollen mit Inhalt, das ist vollkommen unstrittig. Ja, aber inwieweit rechtfertigt das dann beispielsweise ein dergestalten Content? Ich möchte jetzt wir leben auf einer Plattform, die nach gewissen Regeln funktioniert. Was war das denn jetzt für ein Cut? Können wir das nachher rausschneiden? Und wir leben und die funktioniert so, weil Menschen auch nach gewissen Regeln funktionieren. Wir können uns nicht abkoppeln davon. Wir haben Werte und auf die müssen wir dringen. Und ich würde nicht sagen, dass das nicht im Einzelfall mal auch nicht gelungen ist. Und dann müssen wir auch mal Fehler zugeben und sagen, das war blöd. Aber dass wir manche Mechaniken auch nutzen, die es gibt. Und natürlich nicht in allen Formaten, sondern das ist ja, also Funk ist riesengroß und sehr unterschiedlich. Aber dass wir versuchen, die Inhalte so zu bauen, dass sie möglichst viele Menschen interessieren. Jetzt reden alle wieder über den Algorithmus, aber am Ende sind es Menschen, die das gucken. Und das gehört dazu. Und ich glaube auch, man muss immer aufpassen, wie sehr man Clickbait direkt verteufelt. Weil am Ende machen sehr viele Leute Clickbait, sehr viele Leute verstehen es aber auch. So, und jetzt mal auf einem anderen Kanal gesprochen, würde sagen, so jemand wie SimpliCissimos ist auch ziemlich gut darin, Clickbait zu machen. Aber die Community versteht das ja oft auch. Und es ist so ein bisschen auch so eine Sprache, die halt ein bisschen speziell ist, die auf der Plattform aber auch funktioniert. Ich finde, das muss man immer im Kopf haben. Prinzipiell sind wir für alle Inhalte selber verantwortlich und stehen auch für die gerade. Aber natürlich kann man nicht jedes Thumbnail bis zum Exzess diskutieren. Ich weiß nicht, wie viele Videos wir veröffentlichen im Jahr, also die ein Thumbnail haben. Aber ich würde schon mal sagen, es sind wahrscheinlich 3.000, 4.000 so. Das sind viel zu viele, um in Detail über jedes Thumbnail zu diskutieren. Also das Clickbait-Thema finde ich auch, da habe ich mich früher drüber aufgeregt. Muss aber sagen, mittlerweile, da gebe ich dem Funk-Mitarbeiter hier absolut recht. Was willst du machen? Du kannst jetzt, ich habe selber gemerkt, Also Thumbnails, die nicht baity, also die nicht genug ziehen, die nicht irgendwie so eine leichte Provokation drin haben, die nicht irgendwie aufmerksam machen, die nicht aufwühlen, die funktionieren einfach nicht. Und dann wird dein Video nicht geguckt. Und dann hast du ja mit der Arbeit auch nichts erreicht. Das heißt, für mich ist das schon die Kompromisslösung zu sagen, mach Ultra-Clickbait, mach es, aber sieh zu, dass der Inhalt an sich nicht scheiße ist. Also, weil wenn du mit einem, du kannst es ja sogar positiv formulieren, wenn du mit einem ultra krassen Clickbait-Thumbnail jemanden auf ein gutes Video ziehst, dann hast du ihn unter Umständen von einem schlechten Video weggelockt. Dann würde ich sogar sagen, dann kann man das Clickbaiting gut heißen. So, jetzt wäre wieder die, jetzt irgendwann mache ich hier gerade das Fass auf heiligte der Zweck die Mittel. Und eigentlich sage ich ja, dass das das nicht tut. Die Frage ist aber da auch, ist überhaupt Clickbait an sich etwas Schlimmes, wenn man, wenn man jetzt nicht irgendwie wirklich was Schlimmes drin sagt. Also, zum Beispiel, so eine Art von Clickbait, ähm, mit dieser Lösung, äh, hat niemand gerechnet. Da, 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 so. Und du denkst so, hä, mit welcher Lösung? Ja, ist Clickbait, aber das tut ja auch keinem weh. Also, das ist ja nicht, nicht problematischer Clickbait. Dann ist es eher so, dass wir eine Review machen und dann gucken wir uns die Thumbnails an und überlegen gemeinsam, sind die so, sind die gut? Erzählen die, was in dem Video drauf ist? Machen die Lust, das Video zu schauen? Könnte man die vielleicht anpassen? Mich enttäuscht das. Funk ist also genauso mit allen Wassern gewaschen wie andere Akteure in der Medienbranche. Ja, war ich wieder blauäugig. Super. Eigentlich ist der Zahlendruck auf Funk noch größer. Sie müssen Zahlen in ihrer Zielgruppe nachweisen, um überhaupt ihren Auftrag offiziell erfüllen zu können. Plan soll Erfüllungspflicht und um das Ziel zu erreichen, nutzt man den ganzen Werkzeugkasten. Aber wenn man seine Bedeutung eben doch durch Reichweite hält, was sagen denn dann die Experten zur Situation, die da gerade herrscht, damit diesen Massenexodus von großen Creators aus dem Funk-Netzwerk hinaus? Also, die Situation ist gerade schmerzhaft, weil uns Kanäle, die wir mögen, verlassen haben. Mai, die seit sechs Jahren bei Funk ist, hat sich weiterentwickelt. Das ist total blöd und das nervt. Das nervt, glaube ich, die Mai-Community, das nervt uns, dass wir keine Mai-Lab-Videos mehr bekommen. Und da sind ja ein paar Fälle, wo das so ist. Und das ist auch in den Fällen blöd, es ist aber kein strukturelles Problem und es ist nicht brenzlig für Funk, sondern es gehört einfach dazu und es ist sogar gut. Und damit müssen wir leben und damit können wir leben. Und gut, solange wir das schaffen, ein gutes Angebot zu machen für Menschen, die zu uns kommen und sich hier entwickeln und gute Inhalte produzieren für ihre Zielgruppen und da habe ich gerade schon das gute Gefühl, auch weil ich weiß, was alles dieses Jahr vielleicht noch an spannenden Sachen kommt, mache ich mir keine Sorgen um Funk überhaupt nicht. Aber, also, man findet das jetzt blöd, aber hat man denn überhaupt wirklich ein Problem? Dann geht Mai jetzt weg, dann ist jetzt Leeroy weg, dann, ja und? Also die 6 Cent, die sind doch fest. Also du hast dein Geld ja. Ich glaube, da muss schon viel passieren, dass die wirklich in die Bredouille kommen, dass das dann wirklich jemand sagt, ja Funk, sorry, ihr erreicht nicht mehr genug, wir machen den Laden jetzt dicht. Also, ist jetzt so meine Einschätzung hier, so aus dem Off von der Seite reingegrätscht, keine Ahnung. Und da, meine lieben Freunde, habe ich dann gemerkt, Moment, Moment, was da gerade passiert, das ist für Funk gar nicht so katastrophal, wie es auf uns wirkt, denn Funk arbeitet einfach anders als wir. Der Verlust beispielsweise von MyLab, das wäre ein finanzielles Debakel für jedes wirtschaftliche Unternehmen. Jetzt sagt er das selbe wie ich, oder? Aber was Funk da gerade unternimmt, das ist einfach eine strategische Neuausrichtung. Wer so ein bisschen tiefer in der Thematik eintaucht, der wird feststellen, dass Funk immer mehr Kapazitäten auf TikTok verschiebt. Ist das jetzt ein Trend? Mich hat das auf jeden Fall stutzig gemacht und ich habe Stefan gefragt, ob Funk YouTube vielleicht jetzt verlässt, weil plötzlich so viele YouTube-Formate auch abgestoßen werden. Ob man jetzt komplett zu TikTok geht. Er zwingt uns nicht direkt dazu, dass das, da steht es nicht so drin. Das ist unser Selbstverständnis. Weil wir nicht glauben und nicht die Hybris haben, wir könnten entscheiden, wo die Zielgruppe sich aufhält. Sondern wir müssen demütig sein und schauen, was Menschen wollen. Und am Ende ist es wieder der Wunsch von Menschen. Und da müssen wir gucken, dass wir da dann auch präsent sind mit öffentlich-rechtlichen Inhalten. Jetzt ist natürlich die Frage bezüglich TikTok. Wäre es nicht eigentlich pädagogisch, junge Leute davon abzuhalten, diese Plattform zu benutzen? Ich glaube, wir müssen zwei Sachen machen. Wir müssen präsent sein auf TikTok und da Inhalte anbieten, die wichtig sind. Und wir müssen gleichzeitig superkritisch mit der Plattform umgehen. Das haben wir gemacht. Wir haben letztes Jahr so einen riesengroßen TikTok-Schwerpunkt gemacht. Wir beschäftigen uns ständig mit TikTok in verschiedenen Videos und zeigen diese Schattenseiten und die Probleme der Plattform und begleiten auch den Prozess des eventuellen Verbots. Da hat die da oben zum Beispiel gerade ein Video dazu gemacht. Das wird ja sogar im Entfernteren auch in Europa diskutiert. Und dann hat man zum Beispiel den problematischen Trend der Vanilla Girls via Mädelsabende thematisiert. Es war ja ein TikTok-Trend, ist vor allem so ein TikTok-Trend, dieses Vanilla Girl-Ding. Da hat man wahrscheinlich gedacht, bei Mädelsabende, boah, da müssen wir mal unseren Einfluss geltend machen. Grundsätzlich interessante Richtung gerade, wohin das geht, weil die Frage, die man sich ja stellen kann, ist, klar, Generationen ändern dann auch so ihre Plattform. Man kennt das. Bei Facebook sind sie im Prinzip ja gar nicht mehr, weil bei Facebook irgendwie nur olle Menschen sind. Auch YouTube wird älter. Ich meine, ich stramme, ich laufe hier stramme auf die 40 zu. Ich weiß nicht, wie alt der Parabelritter ist, aber ich würde mal sagen, über 30 auf jeden Fall auch schon. Entschuldigung, habe ich jetzt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch erst Ende 20. Keine Ahnung. Aber dieses ganze YouTube-Ding wird natürlich älter und kann natürlich so sein, dass dann irgendwann Funk sagt, ja, jetzt ist ja unsere Zielgruppe einfach nicht mehr hier. Dann wechseln wir die Plattform. Müssen sie dann machen, ja. Auch gut, diese Diskussion vielleicht zu führen in der Politik, weil wir diese Rahmenbedingungen nicht setzen können. Wir können nur darauf hinweisen, was es alles für Probleme gibt mit dieser Plattform. Nur mal, wenn Menschen, die 14 sind, auf TikTok rumhängen und die Plattform für sich entdecken, als ein Ort, wo sie kreativ sein können, wo sie vielleicht Menschen folgen, denen sie sich total nahe fühlen, wo sie vielleicht auch schlimme, schwierige Inhalte sehen und wo sie dann aber einfach einen Großteil ihrer Zeit verbringen, dann ist es nun mal unsere Aufgabe, auch da zu sein, weil wir ein Teil des Medienkonsums der jungen Zielgruppe sein müssen und wenn der da stattfindet, können wir sie nicht davon abhalten. Doch, natürlich ist das total problematisch. Aber was ist die Alternative? Dass wir einfach sagen sollten, wir machen es nicht und tauchen damit in der Lebenswelt von sehr vielen, sehr jungen Menschen nicht mehr auf oder viel weniger auf. Diesen Konflikt, den verhandeln wir. Es gibt eine Tendenz, dass TikTok relevanter wird und immer mehr Menschen immer mehr Zeit in dieser App verbringen. Und dementsprechend gibt es auch eine Tendenz bei Funk, dass wir mehr TikTok-Inhalte produzieren und dementsprechend ein bisschen weniger Inhalte, vor allen Dingen auf Facebook, wo wir überhaupt nicht machen. Ich hatte versucht, ihn auf YouTube-Press zu nageln und jetzt kommt er mit Facebook. Ja gut, bei Facebook gar nicht mehr und ich finde es so geil. Er grinst die ganze Zeit so, als würde er so sagen, ich weiß viel mehr, als ich hier gerade sage. Auf Facebook, wo wir überhaupt nicht machen. Na da, hoffentlich kommt das TikTok-Verbot nicht noch ein bisschen schneller als alle erwarten. Der US-amerikanische Bundesstaat Montana, der könnte TikTok Montana Black will TikTok komplett verbieten. Jetzt als erster, ganz verbieten. Wir haben schon öfters über TikTok gesprochen, ist aus verschiedenen Punkten ein sehr heikles Thema und das weiß auch Funk. Es gab auch einen inhaltlichen Schwerpunkt über TikTok bei Funk. Ja, schaut mal. Was ich da jetzt allerdings ein bisschen seltsam finde, alle Videos, die da hervorgehoben werden, das sind YouTube-Videos und die sind nicht auf TikTok veröffentlicht. Hm, merkt das selbst, ne? Im Gespräch hielt sich Stefan relativ vage. Aus dem Gespräch wurde mir jedoch deutlich, wo die Zielgruppe ist, da ist Funk. Ich persönlich finde das super kritisch. Ich möchte beispielsweise nicht, dass der ÖAR TikTok mit seiner Anwesenheit legitimiert. Ich verstehe auch die Argumente und dass man das auch anders sehen kann. Auch Stefan sagte im Gespräch, dass sie daran arbeiten, überhaupt herauszufinden, wie man denn die Standards, die sie sich auch selber gesetzt haben, auf TikTok umsetzen kann. Ich bin auch, was diesen Punkt angeht, extrem skeptisch. Aber diese Plattform hier, diese Creator, es gibt keine langfristige Verbindung mit Funk. Es ist eine Art Drehtür für Zuschauer, die ja älter werden und nach neuem Content suchen, aber auch für Creator. Was steckt denn überhaupt hinter Funk? Wir müssen Sachen machen, die wirklich hauptsächlich 14- bis 29-Jährige gucken. Aber da haben wir einfach einen extrem klaren Auftrag. Und da sind wir auch nicht frei in der Entscheidung, sondern wir werden von dem Rundfunkstaatsvertrag dafür beauftragt, ein Jugendangebot zu sein. Was bedeutet, ihr seid nicht frei in der Entscheidung? Also wie wird das konkret umgesetzt? Ja, da gibt es einen Rundfunkstaatsvertrag und da steht das drin. Wir sollen ein Angebot für junge Zielgruppen machen. Wir haben eine Beauftragtenkonferenz, so heißt das, also ein Gremium, das Funk kontrolliert. Und wenn die Tendenz dann irgendwann so wäre, dass wir, weiß ich nicht, nur noch Musikantenstadel wären, hätten die wahrscheinlich schon längst eingeschritten. Das ist aber auch das Selbstverständnis von uns. Wir haben diesen Auftrag, wir nehmen den schon sehr ernst. Also wir wollen das auch, wir wollen das für junge Zielgruppen Inhalte zu machen. Denn Funkinhalte sind überhaupt nicht für alle da. Also im Optimalfall schaffen wir es, Formate zu überführen und sie weiterzugeben in ZDF und ARD. Da gibt es ja schon relativ viele Beispiele. Browser Ballett ist zum Beispiel. Da kann man es total gut zeigen mit Schlecki Silberstein. Aber die gehen ja ins Fernsehen. Ja, nö, aber die sind ja auch auf YouTube, immer noch. Ja, aber nicht mehr so viel. Also da ist es ja... Die sind ja in der Mediathek dann vielleicht. Aha. Aha. Also nicht direkt auf YouTube. Ja, sie sind auch auf YouTube. Wenn ich die Strategie richtig im Kopf habe von ZDF Neo, ich bin da jetzt nicht so oft im Austausch. Da grenzt sich die ganze Zeit einen ab. Ich weiß so viel und sag so wenig. Aber ja, im besten Fall gelingt uns das, dass Formate, die mal bei Funk gestartet sind, dann sich weiterentwickeln und dann vielleicht auf andere Plattformen auch gehen. Ich muss sagen, hier wäre ein gezieltes Angebot sehr wünschenswert. Denn die Menschen über 30, die wenden sich ja auch ab vom linearen Fernsehen. Die Antwort des ÖRR ist allerdings immer wieder, ja, das geht dann in die Mediathek. Wer von euch guckt, bitte Mediathek. Also ich nicht. Super interessanter, ich klicke immer auf das falsche Scheißding, Mann ey, so super interessanter Take gerade. Habe ich mir nämlich auch gefragt. Wir beschweren uns ganz viel über Funk und irgendwann stellt man dann fest, ja, aber Funk macht ja auch gar keine Inhalte für uns. Also ich bin ja gar nicht deren Zielgruppe. Ich bin ja viel zu alt. Mich regen die Inhalte teilweise aber auf. Oder ich finde sie gut. Vielleicht bin ich auch mit dem Kopf so ein bisschen jung geblieben. Egal. Wo ist eigentlich das Angebot dann für wirklich 30 bis 50 oder so, ne? Die ja auch keinen Bock mehr haben auf Linear TV oder und Mediathek. Come on. Ja, gute Frage. Es ist schon erstaunlich, dass man bei Funk gezielt darauf achtet, auf den Plattformen zu sein, wo die jungen Menschen sind. Aber ab 29 ist dann egal. YouTube hat sich krass verändert in den letzten Jahren. Und dem muss man Rechnung tragen. YouTube ist viel mehr eine riesengroße Plattform und für viel mehr Schichten interessant, als es das war vor sechs Jahren. Und damit auch, jetzt keine Werbung für Google machen, aber es ist mehr, für mich, mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das bedeutet dann für uns auch, dass wir merken, dass manche Zielgruppen mit ihren Formaten mitwachsen und einfach älter werden und trotzdem auf YouTube rumhängen. Und ich glaube, das Phänomen gab es vor sechs Jahren ein bisschen weniger. Das gab es vor zehn oder 15 Jahren noch gar nicht. Vielleicht muss Funk dann seine Zielgruppe erweitern. Man sagt jetzt einfach von, was sagen sie, 14 bis 49. Das ist ja die klassische Fernsehzielgruppe früher mal gewesen. Das ist was, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir auf einmal merken, dass auf YouTube Formate, die wir länger haben, also mit den Menschen, die sich schauen, mitwachsen und dass aber auch noch viel mehr Menschen auf YouTube unterwegs sind, die vielleicht auch nicht mehr unbedingt in die Funk-Zielgruppe passen. Also ich glaube nicht, dass das dann automatisch heißt, ein Format geht nicht mehr weiter. Aber es muss sich dann schon verjüngen. Ja, entweder verjüngen oder es entwickelt sich raus aus Funk. Das sind eigentlich die beiden Optionen. Aktuell ist, glaube ich, ein großer Querschnitt der Bevölkerung auf YouTube, quer durch alle Altersgruppen. Es können sogar Kanäle mit einer relativ alten Zielgruppe wie dieser hier mittlerweile funktionieren. Aber Funk richtet sich eben nur an Menschen unter 30. Der Anspruch an diese Zielgruppe spiegelt sich dann eben leider in den Inhalten wieder. Und deswegen regen wir alte Menschen uns auch immer wieder über die Inhalte auf. Und wenn wir uns eben über Belanglosigkeit, dumme Witze und scheinbare Ahnungslosigkeit aufregen, dann vergessen wir oft, dieser Content ist gar nicht mehr für uns. Wir müssen MrWissen2Go, ich bleibe jetzt mal bei meinem Beispiel, irgendwo zwischen Logo von Kika und richtigen Nachrichtenformaten einordnen. Wir können nicht den Tagesschau-Maßstab anlegen. Ja, 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 das ist aber gar nicht, interessanterweise ja nicht mein Hauptkritikpunkt. Ich hätte noch so einen anderen, ich weiß nicht, ob er da noch drauf zu sprechen kommt. Das wäre schon so ein bisschen die politische Ausrichtung von Funk. Weil die, ich weiß nicht, ob Sie es noch ansprechen, aber, also, ich möchte mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber für mich hat Funk, glaube ich, kein einziges konservatives oder liberales Angebot, oder? Oder täusche ich mich da? man mag es ja kaum glauben, ich weiß, dass das, ich habe es auch lange Zeit nicht für möglich gehalten, aber auch die FDP hat eine starke Jugend und auch die CDU hat eine Jugend, ich weiß nicht, wer da hingeht, aber die gibt es ja. Werden die auch von Funk abgebildet? Also, so politisch? Man soll ja nicht, jetzt ist mir so die Frage, macht Funk überhaupt, soll ja auch keine links-grünen Inhalte propagieren, ja? Wenn man sie fragt, würden sie wahrscheinlich sagen, machen wir natürlich auch nicht. Ja, die politische Ausrichtung würde mich mal interessieren. Wobei natürlich die Frage Quatsch ist, weil sie immer verneinen würden, dass es überhaupt eine gäbe. Und das ist vielleicht der krasse Unterschied, deswegen verstehen wir das als normale YouTuber nicht, weil wir einfach senden und wir mit euch wachsen, ihr mit uns wachst und daraus irgendwas wird. Wir sind persönlich einfach mit euch verbunden und investet. Das ist hier kein Produkt, etwas, was konzipiert und umgesetzt wird. Wir sind immer noch irgendwie lebendige Personen in diesem ganzen System, wohingegen das andere eben Formate sind. Produkte. Funk ist nicht abhängig von ihren Stars. Ganz im Gegenteil, wer unter Funk groß wird, ist sowieso nicht für ewig als Teil von Funk gedacht. Das müssen wir erstmal lernen. Diese Austauschbarkeit ist das große, große Manko in diesem System. Im besten Fall, wenn es funktioniert hat, ziehen sie ins Fernsehen oder in die Mediatheken weiter. Mit dem festen Etat, den Funk hat, können sie allerdings immer wieder neue Stars schaffen und an diese Positionen setzen, für die neue Zielgruppe platzieren. Funk ist auch nicht mit Plattformen verknüpft und vielleicht gibt es irgendwann gar keine Funkproduktion mehr auf YouTube. Was ich auch nur ganz, ganz schwierig begreifen kann, ist, dass Funk auch nicht mehr für mich gedacht ist, auch wenn ich es bezahle. Wir werden Altleute und wir haben lange genug überhaupt nicht verstanden, was Funk eigentlich ist. Und das muss man auch in der Kritik berücksichtigen. Das ist jetzt mal an mich und an meine Kollegen gerichtet. Unsere Wahrnehmung ist immer, Funk ist ein schlechtes System. Funk ist der Fehler. Ich würde jetzt eher sagen, Funk macht Fehler und unsere Pflicht als Medienschaffende ist es, diese Fehler aufzuzeigen und für euch als Zuschauer Feedback zu geben. Und Funks Pflicht muss sein, diese Kritik stets zu reflektieren und damit zu arbeiten. Genau wie Funk-Formate Kritik an anderen Bereichen erheben. Was wäre mein ganz persönlicher Wunsch? Ich würde mir von Funk wünschen, dass man mehr Inhalte anbietet, die ganz klar nicht zu Reichweitenhits werden können. Wenn sie es nicht machen, dann macht es niemand. Für mich ist genau das der Grund, warum wir den ÖAR überhaupt brauchen. Dass wir am Ende Ja, da möchte ich mir auch beipflichten. Diesen Spagat, den eigentlich der ÖAR immer hinkriegen will oder muss oder was weiß ich, auf der einen Seite Bildungsauftrag erfüllen, Sachen auch anbieten, die vielleicht sonst eben nicht da sein könnten. Das ist ja eigentlich der große Vorteil eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass sie ja wirklich nicht auf die Zahlen achten müssen. Und in dem Moment, wo sie dann irgendwie aber auch wieder so ein Hybrid schaffen, dass man sagt, ja, wir müssen natürlich schon dahin gehen, wo die Leute sind. Wir müssen schon die Inhalte machen, die auch die Leute jucken. Und ja, aber wo ist dann der Unterschied zu der freien Wirtschaft, die die einfach denselben, also vor allem, wenn man dann so Aufreger-Dokus hat, die ich früher einfach nur von RTL 2 und so kannte, die habe ich auch damals schon nicht geguckt. Ich habe auch sowas wie Frauentausch und so ein Gedöns, das habe ich mir nie angeguckt, weil ich mir irgendwann dachte, ja, es gibt Menschen in prekären Lebenssituationen und wenn man da die Kamera drauf hält, dann passiert irgendwas Krasses. Das macht jetzt Funk, das muss ich mir ja nicht geben. Dafür bezahle ich die ja nicht. Also, und muss dafür ja nicht Geld noch unterstützen. Schwierig. Funk überhaupt nicht vertreten fühlen. Wenn alle immer nur auf Reichweitenmaximierung drängen, dann wird immer nur derselbe. Das habe ich, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Also, ich persönlich, mich hätte das auch nicht abgeholt, aber es gibt doch de facto einfach bei Funk kein konservatives Angebot, kein liberales, also hier so FDP-Klientel-Angebot. Ich, vielleicht ist das auch Quatsch, weil die natürlich sagen, freier Markt und Funk ist ja nicht freier Markt. Das ist das schon in sich nicht konsistent und kann deswegen nicht existieren. Aber mein Gefühl sagt mir, wenn man von allen bezahlt wird, muss man auch irgendwo für alle was machen. Nicht im gleichen Maße, aber dann, wenn du, wie Erich es gerade sagt, dann doch wieder nur guckst, was eben geguckt werden will. Also, wenn du nur darauf schaust, dann ist kein Unterschied. Dann ist das das Gleiche, wie alle anderen alles auch machen, nur, dass die halt finanziell besser dastehen. Und das ist dann ein bisschen Wettbewerbsverzerrung vielleicht. ...bereich an Personen bespielt. Und ich finde, genau das ist eigentlich der Auftrag des ÖAR, nämlich die zu erreichen, die von dieser Optimierung, die im Privatwirtschaftlichen angelegt wird, gar nicht erreicht werden. Dafür Sorge zu tragen, dass Themenvielfalt nicht der Optimierung zum Opfer fällt. Dass Kultur nicht eine Frage der Quote ist. Und ich finde, dem trägt Funk nicht Rechnung. Und vielleicht allgemein mal noch eine Idee zum ÖAR, also mal wirklich ganz blauäugig von mir. Funk ist an sich ja kein Posten, der den Kohl fett macht, im Hinblick auf den Rundfunkbeitrag. Wir sind fast alle damit unzufrieden. Und Funk bekommt deswegen auch immer wieder besonders Schelte, weil erwachsene Menschen offensichtlichen Anfängern dabei zuschauen, wie sie oft genug nicht besonders guten Content produzieren, gemessen an ihrer Konkurrenz, die das ohne professionelles Backing machen muss. Und oft genug fühlt man sich nachvollziehbarerweise hilflos, weil man sich denkt, da ist das Leistungsprinzip komplett ausgeschaltet, die werden sowieso bezahlt. Und diese Hilflosigkeit ist eigentlich das Problem. Das größte Problem ist, dass man nicht mitbestimmen kann, was mit dem Geld konkret passiert. Was natürlich aus dem Prozess heraus völlig logisch ist, weil niemand, der nicht in der Branche arbeitet, weiß, wofür Geld verwendet wird. Aber schauen wir uns noch mal kurz die Verteilung an. Bestünde die Möglichkeit, die Töpfe selber zu entscheiden, dann würden sich einige vermutlich deutlich weniger aufregen. Ich würde mir wünschen, dass wir die Möglichkeit hätten, genau zu bestimmen, welche Ressorts das Geld verteilt wird. Ich beispielsweise will keinen einzigen Cent für Schlagermusik oder Sportlife-Übertragungsrechte ausgeben. Nicht für Sport. Okay, jetzt muss ich das Video abschalten. Mir reicht's. Parabel Ritter, was ist denn da los? Sportblasphemie. Wenn es nach mir ginge, könnte mein Geld zum Großteil einfach an Arte fließen. Deswegen wäre wenigstens, weiß ich nicht, fünf... Okay, jetzt hat er mich wieder. Arte macht schon echt geile Sachen. 20% des Beitrags verteilen zu können, eine wirklich direkte Einflussnahme zu haben, das wäre nicht schlecht. Dann würde der ÖRR auch sehen, was die Leute überhaupt erreicht. Aber nur ein kleines Horngespinst von mir. Man nimmt von diesem vielfältigen Angebot Funks nur einen Bruchteil wahr. Viel vom negativen Image, kommt von einzelnen Fällen und färbt leider dann eben auch auf alles ab. Zu seiner Idee gerade, das kann natürlich nach hinten losgehen. Also wenn er jetzt sagt, er möchte lieber seine 18,36 Euro selber verteilen und sagen, nee, pass mal auf, 50% gehen davon an Arte und so weiter, dann macht er das vielleicht so. Aber was machst du dann am Ende, wenn dann Millionen von Leuten sagen, Arte, elitärer Schwachsinn, gebe ich null. Ich gebe 100% nur an Sport, weil ich will eigentlich nur Fußballspiele gucken. und nachher machen das so viele, dass unterm Strich Arte schlechter dasteht als jetzt. Also die Möglichkeit, gäbe es ja. Das ist immer so die spannende Frage. Machst du den komplett demokratischen Prozess auf und sagst, Leute können das selber entscheiden? Aber dann musst du eventuell auch damit leben, dass die Leute scheiße entscheiden. Das sind so Fragen, ich kann dir gar nicht so viel dazu sagen, weil das sind so Sachen, da habe ich bis heute keine Lösung für diese Fragen. Wie immer etwas schief geht, gibt es ja auch noch uns, also die, die unabhängig von diesem System sind. Ich mache jetzt hier mal einen Cut. Ich könnte noch viel mehr sagen. Lasst uns einfach unten in den Kommentaren weiter Ideen sammeln. Ich und ich glaube auch die Leute von Funk, die sind super gespannt, was ihr da unten schreiben werdet. Wir versuchen, so gut wie möglich Inhalte zu machen, die wahrgenommen werden, diskutiert werden. Wir versuchen, dieses Feedback umzusetzen. Deshalb glaube ich schon, dass wir viele Videos produzieren, Inhalte machen, die von Menschen wahrgenommen werden. Von sehr unterschiedlichen Menschen. Und ich glaube deshalb ist es so, dass viele Menschen vielleicht nicht das ganze Funk-Portfolio sehen und nicht sehen, was wir alles machen und deshalb vielleicht Erwartungen an uns haben. Ich denke den ganzen Tag darüber nach, was sollte Funk tun. Wir denken den ganzen Tag darüber nach und diesen Transferleistungen unsere Gedanken ständig überall zu erzählen, die es auch, also ich würde von niemandem erwarten, dass er uns Funk vielleicht komplett versteht. Ich kann sagen, dass wenn es Kritik gibt, wir uns die immer angucken. Wir gucken uns Kritik-Videos an, deshalb kannte ich natürlich auch deine beiden Videos und kenne auch die Videos vorher. Wir nehmen das mit und reflektieren das auch sehr kritisch bei uns selber im Team. Jetzt weiß ich auch, warum der Parabelritter natürlich am Anfang gesagt hat, schreibt es in die Kommentare, sie werden es zu 100% lesen. Das war natürlich nicht nur Kommentarbaiting, sondern er wusste natürlich, dass das Interview ja kommen wird und ihm ja schon gesagt wurde, dass sie die Kommentare lesen. Also das muss ich nochmal zurücknehmen. Das war wirklich, da hat er im Prinzip deswegen so gelächelt, weil er wirklich wusste, dass sie es lesen werden. Versuchen, auf Kritik zu reagieren und deshalb hoffe ich einfach, dass wir jedem ein Angebot machen. Es gibt auch immer Angebote, die Leute total furchtbar finden. Das gehört halt auch dazu. Damit muss man leben und wir haben jetzt auch diese Dachmark-Accounts wie den Insta-Account, wo wir das regelmäßig merken, dass verschiedene Communities aufeinander prallen und dann gibt es Beef. Aber wir versuchen für jeden ein Angebot zu machen und daran müssen wir uns auch messen lassen. Und wenn das Gefühl, wenn das vielleicht nicht funktioniert, dann haben wir unser Job auch nicht gut gemacht und dann müssen wir uns verbessern. Vielen lieben Dank. Lasst gerne euer Abo da. Wir sehen uns da unten. Ja, sehr schöne Zusammenfassung von Funk. Ich finde, da hat er echt viele Aspekte mit reingebracht. Ich habe noch ein bisschen was dazu gelabert. Ich gehe jetzt erstmal zum Sport, damit ich wieder komplett kaputt bin und gar keine Videos mehr machen kann. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.